Der eine gewinnt, der andere verliert. Der eine verliert, der andere gewinnt. Das ist ja genau der Punkt. Wer sich von der Krise oder Zinswende, wer sich davon catchen lässt, der ist eigentlich mehr so in der Opferrolle. Immobilien wurden immer gekauft und verkauft, egal wie hoch die Zinsen waren. Definitiv. Also ich bin sogar der Meinung, dass der Markt jetzt... So, in dieser Podcast-Folge habe ich einen richtig coolen Typen da, Michael Schäfer. Lieber Michael, du bist heute hier und wir wollen über das Thema vom normalen Immobilienmakler dahingehend, wie schafft man das, 80, 90 Objekte wirklich dauerhaft in der Vermarktung zu haben und Markt im wahrsten Sinne des Wortes zu dominieren. Stell dich doch mal kurz vor und wo kommst du her? Ja, vielen Dank für deine Einladung, lieber Heinz. Richtig. Also Michael Schäfer, wir sind aus dem Saarland, genauer gesagt im Kreis Saarlouis tätig, hauptsächlich tätig. Und ja, wie schafft man das, so viele Immobilien gleichzeitig zu betreuen mit Systemen? Also das ist ganz klar, wir haben festgelegte Systeme, die wir jetzt auch unseren neuen Mitarbeitern nach und nach näher bringen, sodass das eben optimal funktioniert für alle Beteiligten, also sowohl für den Verkäufer als auch natürlich für die Käufer, sodass es da immer rund läuft und die Immobilien auch schnellstmöglich verkauft werden können. Lassen wir mal vorne anfangen. Wir wollen ja jetzt hier nicht einen Schnelldurchlauf machen. Wie hast du denn überhaupt angefangen oder wie lange machst du das schon? Genau, also angefangen habe ich tatsächlich schon in der Ausbildung als Immobilienkaufmann und war da vor jetzt genau elf Jahren. Also du hast das gelernt sozusagen? Ja, ich habe das gelernt. Du hast das gelernt, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Absolut. Und wann war denn der Zeitpunkt, wo du dich selbstständig gemacht hast? Also wie lange hast du da gewartet oder wie lange hat es gedauert? Genau, also selbstständig gemacht habe ich mich schon in der Ausbildung. Also ich habe da schon den Nebenerwerb angemeldet im zweiten Lehrjahr. Ich hatte da einen guten Chef, der das zugelassen hat und durfte dann auch schon meinen Kundenstamm aufbauen und habe dann quasi direkt in die Vollselbstständigkeit gestartet nach bestandener Prüfung und habe dann direkt losgelegt eben vor dann genau elf Jahren jetzt. Genau. Was würdest du denn, wenn du jetzt mal zurückgehst in die Vergangenheit im Vergleich zu heute, was hat sich denn geändert für dich? Naja, ich bin vom selbstständigen Makler, also der alleine alles geregelt hat, von morgens bis abends in 20 verschiedenen Rollen zum Unternehmer gewachsen beziehungsweise zumindestens mal das grobe Verständnis dafür bekommen und der Wachstum tritt gerade extrem ein in den letzten Monaten und das hat sich im Wesentlichen geändert. Und wie viele Mitarbeiter hast du denn heute? Wir haben jetzt insgesamt, alles in allem sozusagen. Alles in allem sind wir jetzt zu neun. Neun. Genau, wir haben noch zwei Freiberufler dabei, also ein Team und einen eigenständigen noch. Genau, drei Azubis und, also aktuell noch drei Azubis und drei Festangestellte. Cool. Was ist denn für dich ganz persönlich der Unterschied zwischen dir, dem Michael Schäfer als Einzelkämpfer damals und heute als Unternehmer? Naja, im Wesentlichen, dass ich am Unternehmen viel mehr arbeiten kann. Also eigentlich fast nur noch am Unternehmen. Natürlich gibt es hier und da noch Brände zu löschen, das ist alles im Umbruch aktuell. Aber was wesentlich bei mir durchgeschlagen hat, ist zum Beispiel, dass ich von wöchentlich 30, 40 Besichtigungen auf fast eigentlich jetzt null Besichtigungen gekommen bin. Und das war so für mich der erste Schritt und der wichtigste, dass ich von diesen Besichtigungen wegkomme, weil das ist natürlich ein enormer Zeitfresser. Und das ging natürlich immer vor allem, weil man will ja verkaufen. Also bevor man am Unternehmen arbeitet, ist man natürlich rausgegangen, hat Besichtigungen gemacht, damit die Objekte wegkommen. Ja, klar. Und das ist das Wesentlichste eigentlich bisher so. Jetzt hast du ja auch eine Partnerin, die auch mit dir zusammenarbeitet. Ja, meine Frau. Die auch unter dir leidet. Nein, Spaß. Ja, doch, ja, schon. Nein, aber jetzt so, das ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn man so in einer Partnerschaft und man arbeitet zusammen. Absolut. Es gibt ja auch nicht immer nur die Sunshine-Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder eine ganz besondere Sache, oder? Wie empfindest du das? Ja, absolut. Also es ist, wie du sagst, sie leidet schon unter mir, das kann man schon so unterschreiben. Naja, aber es war cool, dass sich das damals ergeben hat. Also ich war ja in einem anderen Büro als Makler, als Einzelunternehmer dort tätig. Und für mich war der Punkt klar, ich muss jetzt wachsen. Also sprich, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche Hilfe, also eine Assistenz. Und dann hat sich das so ergeben, haben wir gesagt, ey, wir machen das einfach zusammen. Und so hat sich dann auch das eigene Büro ergeben. Und es ist auf jeden Fall eine besondere Situation. Man hängt ja quasi nur noch miteinander zusammen. Also Thema Arbeit in dem Sinne, also unser Job ist halt allgegenwärtig, auch dann abends. Das ist eine besondere Herausforderung. Aber das Coole ist halt einfach, dass man zusammen etwas kreiert. Und das schweißt am Ende, wenn man es richtig macht, natürlich auch enorm zusammen. Das ist halt das Wichtige, dass man sich da nicht verrennt, sondern wirklich gemeinsam an dem Ziel festhält. Und ja, das ist natürlich herausfordernd, gerade in so einer Umbruchphase. Und wir haben in der Anfangszeit dann so ein bisschen vor uns hingearbeitet. Also die Immobilien haben wir immer top verkauft, das war nie das Problem. Aber dieses Unternehmertum haben wir nie gelebt, sondern das hat sich jetzt erst entwickelt oder ist sich am Entwickeln. Und das ist natürlich schon eine krasse Zeit jetzt, klar. Also sehr herausfordernd, aber ich bin mir sicher, dass wir das zusammen meistern. Genau, das sieht mir auch stark danach aus. Ich meine, die Zahlen zeigen es ja auch, was das angeht. Und was ich auch cool finde ist, dass wenn man mit der Partnerin oder dem Partner zusammenarbeitet und man hat dann wirklich dieses gemeinsame Ziel oder diese gemeinsame Vorstellung von der Zukunft. Weil natürlich, warum macht man das? Weil man will ja auch irgendwo ein bisschen mehr Happiness, mehr freie Zeit, mehr Möglichkeiten haben, die man dann tatsächlich auch mal für ein paar Dinge nutzen kann, die man vielleicht als so Einzelkämpfer einfach nicht nutzen kann. Aber wie würdest du, du hast gerade ein wichtiges Wort gesagt, so dieses Kreieren, so dieses Creation. Welche Dominanz hat das in deinem Alltag oder wie beflügelt dich das oder vielleicht auch blockiert dich das vielleicht auch, dass du sagst, eigentlich geht es mir richtig auf den Zeiger oder wie würdest du, wie fühlt sich das für dich an? Also Creation ist in meinem Kopf 24 Stunden tatsächlich. Bei Monique ist es tatsächlich ein bisschen anders. Sie hat dann lieber mal gesagt, es ist okay jetzt. Also bei mir sprudelt es halt immer an neuen Ideen. Also wenn wir irgendwas umgesetzt haben und das gut läuft, kommt bei mir schon gleich der nächste Punkt, wo wir sagen, das will ich jetzt auch noch optimieren, das will ich noch hinzufügen, das will ich noch verbessern. Also es ist bei mir ein ständiger Prozess und es nervt mich tatsächlich nicht, sondern das ist eher etwas, was mich antreibt. Also Momente, wo ich einfach sage, das ist so geil, wenn ich irgendwas sehe, wie gesagt, das könnten wir jetzt noch implementieren. Also ein gutes Beispiel war zum Beispiel, da hast du mir Inspiration gegeben, obwohl wir noch gar nicht im Coaching waren. Da haben wir in Thailand gesessen, auf unserer Terrasse draußen schön gesessen und bin so durch die Facebook-Stories, Instagram-Stories durch und habe da ein Willkommenspaket gesehen bei irgendjemandem, das du dann geteilt hast. Und in dem Moment war ich natürlich so fürs Coaching auch offener. Das war so ein Triggerpunkt. Aber in dem Moment ist mir so eine Idee durch den Kopf geschossen, eher das doch geil für unsere Eigentümer ein Willkommenspaket zu machen, weil wir haben geile Exposés hochwertig gedruckt, geile Flyer, die wir verteilen lassen und wir schicken das immer so per Post dann an die Eigentümer raus oder bringen das dann so mit. Da habe ich gesagt, das wäre doch viel geiler, so ein geiles Willkommenspaket zu haben. Und das habe ich dann im Urlaub noch geplant, umgesetzt, also zumindest den Start gegeben im Urlaub und habe es dann danach direkt umgesetzt. Also im Urlaub ist bei mir sowieso, da kommen die besten Ideen tatsächlich, also wenn man so komplett weg ist von allem. Aber das ist doch wirklich sexy, oder? Wenn man mal so überlegt. Absolut. Das ist ja so ein bisschen wie, ich sehe das so ein bisschen wie Ping-Pong spielen. Du hast so eine Wand, du spielst eigentlich mit dir alleine, aber du bist halt in diesem Modus, weil, das weiß ich ja auch von dir, du hast einfach Bock. Und das ist, glaube ich, schon einer der ganz wichtigen Punkte, dass man so richtig Lust haben muss, dass man Bock hat und dann auch nicht abdriftet in irgendeine Langeweile oder, ah ja, wenn ich das geschafft habe, dann ist es aber vorbei, dann ist es aber zu Ende, oder? Sondern dass das so richtig brennt auch. Ja, absolut. Natürlich will man irgendwann von diesen Früchten auch mal was nehmen und sagen, man gönnt sich jetzt einfach die Freiheit, die man damit ja auch in gewisser Weise gewinnt. Aber klar, es ist immer, bei mir ist es schon so immer weiter. Und ja, es ist natürlich cool, dieses Ping-Pong nicht alleine spielen zu müssen, sondern tatsächlich jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann im ständigen Prozess und die Ideen auch weitergibt, weiterentwickelt. Und ja, also das, man muss dafür brennen, absolut. Empfindest du, ich meine, so in meinem Erleben ist es so, dass viele immer etwas Bestimmtes erreichen müssen und dann fühlen die sich erst gut. Bei dir erlebe ich das ein bisschen anders. Das heißt, du bist einfach in diesem Modus drin. Das habe ich ja auch. Man ist in diesem Modus drin, diesem Kreieren, diesem Creation-Modus. Und man stellt einfach fest, das macht mich total happy. Dieses Creation macht mich happy. Dass natürlich da auch irgendwas bei rauskommen muss, ist klar, weil jetzt nur Dinge von links nach rechts sortieren, macht auch keinen Bock. So, wie ist das für dich? Wann empfindest du so einen Faktor, wo du sagst, boah, das macht mich einfach total zufrieden und glücklich? Also du hast genau angesprochen. Also mir geht es tatsächlich gar nicht so sehr darum, irgendwie was materiell zu erreichen. Also jetzt im Sinne von, ich kann mir jetzt eine teure Uhr kaufen, einen Porsche oder sonst was. Klar, am Anfang hat das... Schönen Dank. Genau, aber am Anfang hat das schon einen natürlich so als junger Mensch ein bisschen gereizt, da hinzukommen und auch gewisse Umsatzziele zu erreichen. Aber das ist, vor ein paar Jahren hat sich das komplett bei mir geändert, weil wir uns für uns schon in relativ jungen Jahren alles so, was wir uns gewünscht haben, was jetzt nichts Besonderes ist, aber wo wir gesagt haben, das wollen wir erreichen, da wollen wir hin, das wollen wir erlebt haben, alles schon haben und einfach gemerkt haben, okay, das ist ein kurzer Glücksmoment und dann ist es aber wieder weg. Das heißt, eigentlich ist es nicht erstrebenswert, immer nach so tollen Sachen zu greifen. Also materiellen Dingen. Materiellen Dingen, weil das immer ein ganz kurzes Glückmoment ist und dann fällt man in so ein Loch. Sondern bei mir ist es wirklich so, wenn Dinge, die ich mir im Kopf vorgestellt habe, dann plötzlich funktionieren. Und Wirklichkeit werden. Und Wirklichkeit werden, ja genau. Wie ein Mitarbeiter, den man anstellt, wo man vorher eine Vision hat, den stelle ich jetzt an, der soll das und das machen und es fängt so langsam an zu funktionieren. Man erkennt eine Struktur oder auch jetzt der Recruiting-Prozess, den wir komplett umgestellt haben, dank deiner Anleitung. Und man merkt am Anfang, es hakt noch so ein bisschen und plötzlich geht der Knoten auf. Und aktuell können wir uns im Prinzip vor Bewerber nicht retten, obwohl wir sogar bei Minimum sind, was Budget angeht. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich meine, du hast ja schon das ganz cool vorbereitet gehabt. Und hier muss man sagen, hier ist auch jetzt, sagen wir mal, unsere Arbeit oder meine Arbeit als Sparringspartner, als Coach, nicht immer alles komplett über den Haufen zu werfen, sondern eben manchmal ist es halt eben vielleicht, können wir da mal kurz reden manchmal, es ist ja wirklich so eine, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeit, mit großer Wirkung. Absolut. Wie war das? Vielleicht kannst du das mal gerade beschreiben? Ja, genau. Also wir hatten vorher im Prinzip den Recruiting-Prozess hauptsächlich auf dem Funnel aufgebaut und hatten so ein bisschen die großen Player für Bewerber und so ein bisschen missachtet und auch keine ordentliche Karriereseite, die verkauft hat in dem Sinne. Ja klar. Also sexy war für Bewerber. Und das haben wir so ein bisschen geändert. Also es war tatsächlich, die Grundlage war da, das, was du ja auch empfehlst, mit Funneln zu arbeiten. Auf der anderen Seite aber auch quasi zum Beispiel bei großen Firmen wie Indeed und so weiter, da auch Anzeigen zu schalten. Und so die Kombination aus dem klassischen Bewerbungs-Funnel und dem neuartigen, dass man hingeht und sagt, man macht das bei Facebook mit 60-Sekunden-Bewerbung, da so ein bisschen dran rumgeschraubt. Und ja, das hat wirklich gut geklappt, weil wir eben nicht alles über Bord werfen mussten, weil das ist immer so ein Punkt, wo sich natürlich Unternehmer schwer werfen, wenn man einfach nur alles wegschieben soll. Sondern du hast erkannt, okay, die Grundlage ist gut und das und das optimieren wir jetzt noch. Und in dem Moment hat es dann auch echt sehr gut gefruchtet. Genau, also es geht, und das ist halt wirklich wichtig, es geht halt nicht einfach darum, etwas kaputt zu schlagen, was keinen Sinn macht, sondern genau halt die Fähigkeit, die ist genau wie beim Verkauf von einer Immobilie. Irgendwo hakelst oder irgendwo ist was nicht in Ordnung, aber wo ist jetzt genau der Punkt? Und den musst du halt finden, diesen Punkt letztendlich am Ende des Tages. Was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Ja, Unternehmertum. Also genauer gesagt, dass das alles erstmal so läuft, wie es jetzt läuft grundsätzlich, also der Verkaufsprozess etc., das weiterhin so auch klappt und dass wir das einfach nur ausweiten und natürlich, dass es noch mehr unabhängiger von uns wird. Also wir sind ja gerade dabei, Mitarbeiter-Schulungs-Plattformen aufzubauen. Also da haben wir schon sehr viele Stunden Videomaterial produziert, sodass wir da die Einarbeitung optimieren können, aber auch später, wenn Rückfragen sind, die Mitarbeiter immer wieder reinschauen können und schauen können, wie funktioniert was, was ist wichtig zu beachten beim Verkauf und so weiter. Also dass wir top ausgebildete Mitarbeiter haben, die wirklich funktionieren, die auch Spaß dabei haben, was sie machen, also die da auch in unserem Unternehmen wachsen können und wir irgendwann auch mit Stolz dann Führungskräfte haben, die das Ganze auch in gewissen Bereichen einfach leiten und natürlich sozusagen die Nummer eins zu sein in unserer Region. Sehr cool. Was waren denn für dich 2023, wenn du jetzt mal so gegen Ende 2023, wo wir jetzt sind, zu Rückblicks aufs Jahr, was waren denn für dich deine erfolgreichen Aktionen beziehungsweise Entscheidungen, die du getroffen hast? Also tatsächlich die Entscheidung zu wechseln, wir hatten vorher viel mit Freiberuflern gearbeitet, wir haben auch noch welche, mit denen wir auch sehr zufrieden sind, aber wirklich so den Change zu machen, das komplett sein zu lassen und auf Angestellte zu setzen und die explizit auch auf Rollen zu setzen. Also dass wir sagen, wir haben einen, der macht nur Verkauf, bedeutet, er macht Besichtigung und den Abschluss mit den Kunden bis zum Notartermin und alles, was davor passiert in der Aufbereitung, das machen andere. Den Einkauf, den mache zum Beispiel ich jetzt noch aktuell, aber das wird auch eine Rolle, die irgendwann besetzt wird. Also dass eben Mitarbeiter, nur noch Mitarbeiter in Festanstellung mit festen Rollen, weil hier können wir dann ideal die Leute trainieren, ausbilden und haben halt immer eine gleichbleibende Qualität und auch saubere Abläufe. Das war so der, eigentlich so der Game Changer, der sich auch so langsam entwickelt, also der wirklich gut anfängt zu funktionieren und ja, dass wir einfach dran geblieben sind, also dass wir unsere Sichtbarkeit nochmal erhöht haben und wir haben jetzt wieder einen deutlichen Umsatzanstieg trotz des Krisenjahres, also was wir viele als Krise bezeichnet haben. Für uns war es ein Umsatzwachstumsjahr mal wieder und ja, das zeigt ja auch, dass wir alles richtig machen. Der eine gewinnt, der andere verliert. Der eine verliert, der andere gewinnt. Ja, das stimmt. Das ist ja genau der Punkt. Das heißt also, dieses Thema, wer sich von der Krise oder Zinswende, was auch immer, wie wir es nennen wollen, völlig gewurscht, wer sich davon catchen lässt, der ist eigentlich, der geht, ja, der ist eigentlich mehr so in der Opferrolle, so am Ende des Tages. Absolut. Und hey, Immobilien wurden immer gekauft und verkauft, egal wie hoch die Zinsen waren. Also da muss ja irgendwas gehen. Absolut. Oder? Ja, definitiv. Also das war auch nichts, wo wir jetzt irgendwie Angst vor hatten. Also ich bin sogar der Meinung, dass der Markt jetzt wieder viel besser für Makler ist, weil jetzt wieder der Profi sich beweisen kann und der Profi jetzt auch wieder gebraucht wird. Also damals, wie ich angefangen habe, waren wir in einer ähnlichen Situation, wo professionelle Makler gut arbeiten konnten und dann kam halt dieser Boom, diese Boom-Phase, da ging alles sehr schnell für Käufer sehr unpersönlich, also es war halt wirklich schwierig. Aber auch da haben wir Mittel eingeführt, um allen Käufern damals gerecht zu werden, was uns heute zugute kommt. Also viele unserer damaligen Käufer sind heute noch Tippgeber von uns und Empfehlungsgeber. Das zeigt sich also, dass wir auch da alles richtig gemacht haben. Aber die jetzige Zeit ist eigentlich optimal für einen professionellen Makler. um ordentlich arbeiten zu können und auch für jeden, der jetzt starten möchte, eigentlich eine optimale Basis, weil es gibt genug Objekte auf dem Markt, man muss nur ordentlich einwerten, ein cooles Marketing machen, alles ordentlich vorbereiten und dann wird auch weiterhin verkauft. Exakt so ist es. Und zum Abschluss kann man eigentlich sagen, goldene Zeiten für coole Expertenmakler, oder? Absolut. In diesem Sinne, super, dass du da warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr gerne. Und allen da draußen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.